Leute, ich möchte mich den Danksagen an eine Person anschließen, die in einem Land, in dem moralischer Verfall, Abartigkeit, Rechtsbrüche ohne Ende dasteht, wie man so früher sagte, wie ein Fels in der Brandung, der so etwas zeigt, was es in Deutschland anscheinend nicht mehr gibt, zumindest bei den Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, und zwar Rückgrat, Moral, Anstand und dass er sich als Mensch geoutet hat, der die Pfeile auf sich nimmt, die eigentlich für uns alle bestimmt sind, aber da er in der Öffentlichkeit steht, kriegt er sie ab und ich wünsche dir wahnsinnig viel Kraft und ich weiß, dass du ein gläubiger Mensch bist, ich denke in der Hinsicht auch wie du und danke, einfach danke, auch dass du die Repressalien auf dich nimmst, die mit diesen Äußerungen adheim gehen oder einfach kommen werden, ich meine, du merkst es mit Sicherheit mehr als jeder andere von uns, du setzt deine Karriere auf Spiel, du setzt deine Gelder ein, wie ich jetzt gehört habe, dass du wohl auch gegen die Regierung klagen willst, das wird natürlich auch nicht ohne Folgen sein, aber du bist nicht naiv, du bist ein intelligenter Mensch und ich danke dir, dass du dich als Mensch geoutet hast und einfach einer von uns bist und dafür kannst du gar nicht genügend Dank bekommen von uns, dass du der Einzigste bist, mit einigen wenigen Ausnahmen, aber du bist wirklich zur Zeit so der Leuchtturm in Deutschland, auf den sehr, sehr viele gucken und ich bin dankbar, dass du da bist. In dem Sinne, Hashtag OneLove und Add Xavion Aido, ich danke dir, vielen, vielen Dank, dass du da bist und für uns kämpfst. Bis dann, ciao.